Eins haben wir noch. Ja, 200 Jahre Kölner Karneval. Und der Karneval hekt ja mit Kirche zusammen. Aber wenn man an die Kirche und an den Kardinal von Köln denkt, da bleibt auch dem kirchlichen Jugendpräsident Stephan Niedertod im Halse stecken. Denn was Nieder zurzeit machen, ist unerträglich. Und wir haben mit einem Lied, wollen wir den Bodenpersonal des Leben Gottes mal ins Gewissen singen. Und das richten wir heute speziell auch an Kardinal Woelki. Wir denken nämlich, er müsste erstmal pausieren wieder, bis das geklärt ist. Und nicht geklärt von den eigenen Leuten, sondern vom Staat. Und das Lied spricht für sich. Bodenpersonal, ich komme nicht klar auf dein Bodenpersonal. Genau. Wenn ihr euch vor eurem Kirchturm steht, dass alle die Ruhe vergehen, schon hat euch der Licht, wir halten dich. Wenn ihr Angst, wenn es da geht, doch ihr müsst euch bewegen, denn anders geht es nicht. Alles, was in mir war nicht raus, als wir die Licht neu anfangen. Und dann streichen wir das alte Haus noch ein. Ich glaub schon, dass da oben einer ist, der auf uns schaut und dem, dass das nicht egal ist. Aber bitte, lieber Gott, das ist echt nicht mehr normal. Ich komm nicht klar auf dein Bodenpersonal. Ho, 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 ein bisschen lieber Gott. Ich komm nicht klar. Ho, 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 ein bisschen lieber Gott. Ich komm nicht klar. Ho, 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 ein bisschen lieber Gott. Ich komm nicht klar. Ho, 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 ein bisschen lieber Gott. Wir sehen uns beim nächsten Mal.